Hallo Freunde, heute beginnt endlich meine Serie, der Göppel zeigt euch die schönsten Plätze Oberschwabens. Wir fliegen heute die Waldburg an mit dieser Drohne. Ich selber werde hier drauf mitfliegen und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zunächst platzieren wir die Drohne direkt neben uns auf dem Boden, bringen uns in Position und springen einfach drauf. Die Waldburg stammt aus dem 12. Jahrhundert und liegt mitten im Dreiländler. Deutschland, Österreich, Schweiz, nahe dem Bodensee im Landkreis Ravensburg in Oberschwaben. Die Gründung der geschichtsträchtigen Anlage geht auf das 11. Jahrhundert zurück. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Burg grundlegend umgebaut. Von 1220 bis ca. 1240 wurden unter Kaiser Friedrich II. auf der Burg die Reichskleinodien aufbewahrt. Die Heilige Lanze und der Reichsapfel sind im Museum als Repliken ausgestellt. Die Burg wurde Mitte des 16. Jahrhunderts unter Truchses Georg IV. von Waldburg zu einem schlossähnlichen Wohn- und Herrschaftssitz ausgebaut. Ab dem 17. Jahrhundert nahm die Bautätigkeit ab. Zu Füßen der Burg befindet sich die Kirche St. Magnus, die im Jahr 1327 errichtet wurde. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017